Was stresst dich denn an der Weihnachtszeit am meisten? Im Moment stresst mich das Wetter. Geschenke habe ich auch noch keine. Für Mutter und Vater das richtige Geschenk zu finden. Geschenke für meinen Vater zu besorgen. Eigentlich nicht, nee. Ist eine schöne Zeit, um mal nicht gestresst zu sein vielleicht. Wie ist das denn in Kolumbien? Wie feiert man an Weihnachten? Also wir haben keine Zvenz. Wir haben am 17. Dezember ein Fest der Lichter. Wenn du einen Weihnachtsbrauch abschaffen würdest, was wäre das? Ich würde abschaffen, dass man ab 1. November Mariah Carey hört. Nein, das soll ich bleiben, bitte. Ich glaube, dieses Standardessen, was es jedes Jahr gibt. Ich hätte es eigentlich dagegen, Pizza an Weihnachten zu essen, wenn ich ganz ehrlich bin. Zählt Black Friday als Weihnachtstradition? Das finde ich ein bisschen fürchtlich, aber kann man halt nicht so machen, ja. Wollt ihr gerne Black Friday abschaffen? Schreibt es mal in den Kommentaren. In meiner Familie singen wir immer, vor allem Geschenke auspacken. In meiner Familie kann ich so gut singen, deswegen würde ich das vielleicht doch abschaffen. Gar keinen, weil in meiner Familie wird Weihnachten gelebt. Ich will alle behalten. Welchen neuen Weihnachtsbrauch würdest du einführen? Vom Start ein kleines Weihnachtsgeld. Da muss man sich keine Sorgen um die Geschenke machen. Nicht unbedingt hier zu feiern, also immer zu Hause, sondern vielleicht auch woanders. Das fände ich, glaube ich, gar nicht so schlecht. Bis dann. Bis zum nächsten Mal.